Hallo zusammen, herzlich willkommen zu den Wiesner News. Heute reden wir darüber, dass Stefan ein neues Fahrrad hat. Nein, nein, ernstes Thema, wirklich ernstes Thema, reden wir am Ende drüber. Eine Kamera zum Verschlucken, habe ich hier stehen, ein Objektiv aus einer Cola-Dose und die große Frage, ob Zeiss sich aus dem Fotogeschäft zurückzieht oder nicht. Das bleibt spannend bis zum Ende. Zeiss, das geht im Moment so ein bisschen durch die Fotomedien, dass Zeiss keine Objektive mehr baut für Kameras, also nicht mehr sowas. Zeiss selbst hat das inzwischen offiziell dementiert. Nein, wir ziehen uns nicht aus dem Kamerageschäft zurück, aber dann sagen sie so ein bisschen, doch, sie machen es doch. Also sie konzentrieren sich wohl jetzt vor allem auf Mobile, also in Kooperation mit Handyherstellern Objektive zu bauen oder sowas. Das gibt es ja manche Handys, die dann Objektiv made by Zeiss haben oder sowas. Das neue Apple, die neue Apple-Brille, das Glas made by Zeiss und so weiter, also die bleiben schon im Glasgeschäft natürlich. Aber so klassische Objektive, so ein Batis-Objektiv wird es voraussichtlich nicht mehr geben. Das gibt es auch schon lange nicht mehr. Aber es ist nicht so ganz, ganz klar. Es ist nicht so, dass Zeiss sagt, machen wir nicht mehr, sondern mehr so, doch, doch, wir machen das noch, aber sie machen es nicht. So wie Canon und Nikon und so weiter das auch immer sagen. Doch, doch, wir bauen noch Kameras mit Spiegel. Ja, ja, genau. Wahrscheinlich. Sigma. Sigma hat das 14mm f1.4 für Vollformat rausgebracht für Sony und L-Mount. Sigma hatte mich gefragt, ob ich das testen möchte. Ich habe das abgelehnt, weil, keine Ahnung, was ich damit machen soll. Also interessiert mich null. Also null haben wollen. Das Problem dabei ist natürlich, es ist ein riesen Objektiv, auch sehr teuer. Also ich würde es mir auch nicht kaufen. Deswegen habe ich da keinen Test zu gemacht. Aber ich verlinke die Jungs von DP Review, hätte ich fast gesagt, sind sie ja nicht mehr, von Petapixel. Die haben ein gutes Review gemacht. Aber wenn du diese super kleine Nische bist, die so ein Objektiv haben willst, dann schau dir das Video an. Es ist ein sehr gutes Objektiv, aber es ist halt echt ein Riesentrümmer. Es gibt von Sony das 14mm f1.8. Das ist halt schon mal viel kleiner. Und f1.8, f1.4, come on. Spielt ja heutzutage nicht mehr so eine Riesenrolle. Und dann die optischen Eigenschaften sind so unterschiedlich auch nicht. Also beide gut. Beide gut kosten, beide dasselbe. Doppelt so groß, doppelt so schwer. Für einen Tick mehr Lichtstärke. Musst du selbst wissen, ich glaube, die Zielgruppe dafür ist einfach super, 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 super klein. Weil ganz ehrlich, 14mm in der Lichtstärke, wie oft brauchst du das? Ein bisschen zum Schmunzeln wahrscheinlich eher aus dem medizinischen Bereich eine Kamera zum Verschlucken. Kann man verschlucken und dann kann halt der Arzt quasi gucken, was in deinem Magen-Darm-Trakt da so los ist. Natürlich eine super Sache sowas. Wer schon mal eine Darmspiegelung hatte, weiß, das ist nicht ganz so angenehm. Und das kann sowas eventuell, nicht immer natürlich, was in der Darmspiegelung, da wird dann eventuell auch gleich was gemacht. Also es ist tatsächlich ziemlich faszinierend. So ein Roboterarm mit einem Greifer, einem Messer und so weiter. Also wenn du dann irgendwie da Lügen oder wie das heißt hast, dann kann er die auch gleich abschneiden und so. Also die richtige Kamera ist schon noch mal eine andere Nummer. Aber jedenfalls die zum Verschlucken und mal zu gucken, ob da alles in Ordnung ist im Magen-Darm-Trakt. Ja, naja. Aber jedenfalls faszinierend, wie klein das Ding ist mit Funksender und allem und so weiter. Das ist eine normale Tablette im Grunde, ist schluckst du und dann kann der Arzt daneben stehen und gucken. Eine Pinhole-Kamera. Da haben wir mal ein Video dazu gemacht mit der Elena, so diese ganz alten Kameras, also eine Lochkamera. Die kann man jetzt sicher selbst bauen, aus dem Karton oder sowas. Ich habe eine Anleitung gefunden, wie du das aus einer Cola-Dose oder einer Soda-Box-Dose machen kannst. Also kann auch eine Fanta sein. Gibt es Fanta noch? Weiß ich gar nicht. Jedenfalls kannst du also aus einer Cola-Dose eine Cola-Dose an deine Sony schnallen und hast halt eine Lochkamera. So als Gag, wenn du dich damit mal beschäftigen möchtest, vielleicht wenn du den Kindern mal zeigen wolltest, möchtest wie Großvater Fotos gemacht hat oder sowas. Für den einen oder anderen Buster. Vielleicht interessant. Wahrscheinlich ein bisschen relevanter, weil wir machen ja alle nur noch Video, ne? Wenn man den Kamerersteller fragt, es geht ja nur, Zukunft ist ja Video. Foto interessiert ja keinen mehr, so ein bisschen so, hat man das Gefühl. Sehe ich anders, aber... Also falls du also auch einer von den drei Leuten bist, für die Video das Wichtigste ist, dann gibt es ein neues kabelloses Shotgun-Mikrofon von Comica. Ist tatsächlich ein Praxischthema, wenn du Filme machst. Ich habe hier tatsächlich so ein Shotgun-Mikrofon. Da kann ich jetzt nicht das Bild holen. Also ein Shotgun-Mikrofon ist da oben, weil ich sowieso frage, das ist das Rode NTG 3. Und das ist halt mit dem Kabel, geht das direkt in meine Sony rein. Ich habe für die Sony dieses große Aufsatzding, wo ich halt eben solche Mikrofone anschließen kann. Und ich habe halt immer das Kabel hier und so weiter. In diesem Setup ist das egal. Hier würde ich das nicht nutzen, weil Funkstrecke hat halt immer natürlich auch Probleme. Kann potenziell gestört werden, geht potenziell Qualität verloren und so weiter. Aber wenn du am Rumlaufen bist, Reporter-Style, mit dem Mikrofon in der Hand oder sowas, oder halt das Mikrofon platzieren möchtest und die Kamera ist ein bisschen weiter weg, wenn ich die Kamera jetzt fünf Meter nach hinten schieben wollte, schon wird es schwierig mit Kabel. Und dann kann es eine Funkstrecke, keine Ahnung. Also ich brauche es nicht, aber kann eventuell ein Thema sein. Und es ist interessant, dass es das gibt, weil es scheinbar das Erste. Firefly, da haben wir schon mehrfach drüber gesprochen. Firefly ist die künstliche Intelligenzsoftware von Adobe. Das, was in Photoshop jetzt gerade reingeht, Photoshop Express und so weiter. Die Besonderheit dabei ist, dass Firefly im Gegensatz zu anderen Softwares sagt, sie benutzen nur Bilder als Basis, die man auch verwenden kann. Das ist ja immer die Frage, wo kommen die Bilder her, die da drin sind, die Basis dafür? Ist die Copyright geschützt oder nicht? Und Adobe sagt, sie nehmen nur Daten, die sie auch verwenden dürfen, die wir dann aber nicht kommerziell verwenden dürfen im Moment, weil es ein Beta ist. Und sie wollen das künftig für große Firmen freigeben, dass die das mit ihren eigenen Daten füttern können. Also das ist nur relevant für sehr große Firmen, weil das funktioniert nur, wenn du sehr viele Bilder hast. Aber wenn du ein BASF bist, Mercedes, keine Ahnung, BMW, also ein Riesenfirma, die haben ja wahrscheinlich hunderttausende Bilder über die Jahrzehnte zusammengesammelt. Und die können die also alle da reinkippen. Und wenn dann ihre Designabteilung damit arbeitet, dann werden halt nur die Bilder verwendet, für die sie auch das Copyright haben. Dann sind sie safe, was Copyright-Geschichten angeht. Und dann haben sie eventuell auch gleich so ein bisschen die einheitliche Bildsprache und so weiter. Weil wenn ich in Adobe sage, füge ein Auto ein, dann ist da vielleicht ein Toyota oder ein Ford. Und wenn ich bei Mercedes arbeite und sage, füge ein Auto ein, dann ist das zumindest schon mal ein Mercedes. Und wahrscheinlich könnte ich dann auch sagen, füge ein Mercedes X ein. S-Klasse, keine Ahnung. Also das soll jetzt freigegeben werden. Das ist für die wenigsten von uns interessant. Aber es ist nicht ganz uninteressant, weil es gibt immer mehr Fotografen, die sich darauf spezialisieren, auf solche Sachen, dass sie ihre eigenen Bilder nehmen. Gerade so Fotografen, die Composings machen. Die nehmen dann ihre eigenen Bilder, füttern, nicht Firefly, sondern eine von den anderen Softwares damit, und haben dann als Datenbasis ihre Bilder und können ihre Composings viel schneller, viel effizienter machen. Also es ist tatsächlich ein praxisrelevantes Thema für immer mehr Leute. So etwas in der Art, dass man seine eigenen Daten da reinkippt und dann mit denen halt eben schneller arbeiten kann. Gerade für die Bildcomposer. Das ist natürlich völlig klar. Das ist, glaube ich, leicht verständlich. Dann, wenn du dir gerade überlegst, neue Kamera zu kaufen, dich nicht entscheiden kannst, wir haben bei uns im Zielfotoblog, haben wir eine Rubrik dafür Kaufempfehlung. Da gibt es dann halt auch so meine Kaufempfehlungen unter 1.000 Euro, unter 2.000 Euro und über 2.000 Euro. Die aktualisiere ich so alle paar Monate. Habe ich mal wieder auf den neuesten Stand gebracht mit der Fuji X-S20, Z8, Canon R8 und so weiter. Also wenn du länger nicht reingeschaut hast, das ist wieder up to date. Dann vielleicht noch ganz was anderes. John Wick. John Wick, wenn du dich dafür interessierst, wie so ein Film entsteht, wie der gedreht wurde. Ein interessantes Video. Es geht weniger um die Kameratechnik, sondern mehr auch so ein bisschen Standkoordination und Kameraführung im Sinne von, was speziell bei John Wick ist. Das weißt du, wenn du die Filme geguckt hast. Du hast es aber wahrscheinlich nicht bewusst gesehen. Sehr wenig Kamerabewegung. Viele Actionfilme haben so, die Kamera ist in der Hand und die ganze Zeit ruckelig. Es wird gekämpft und die Kamera wackelt mit und dadurch sieht es dramatischer aus. Es ist viel schwieriger, Dramatik hinzukriegen, wenn die Kamera sich nicht bewegt. Bei John Wick bewegt die Kamera sich entweder nicht oder nur ganz, ganz, ganz langsam. Also ganz interessant, wie sie es erklärt haben, wie schwierig das ist, dass das scheinbar nur funktioniert, auch weil der Keanu Reeves, weil der so ein guter Fighter ist. So ein bisschen, weil die ganze Stunt-Geschichte muss halt auch so ein bisschen sich anpassen können, natürlich, je nachdem, wie die sich bewegen und so weiter. Und wenn du einen White-Shot hast und keine Cuts, dann muss das halt auch alles funktionieren. Weil sonst musst du kacken, wenn die Pause machen müssen, wenn sich einer daneben gehauen hat oder so. Also scheinbar tatsächlich relativ schwierig und sehr abhängig auch davon, dass der Schauspieler das halt auch liefert. Und der Keanu macht das ja schon eine Weile und ist scheinbar irgendwie ein Top-Kämpfer. Und Top macht auch die meisten seine Stunts selbst. Und dann zeigen sie an Szenen, wie die Treppe runterrollt, Treppe runterrollt, Treppe runterrollt, Treppe runterrollt. So, oh, scheiß weh. Na gut, also kann man sich wirklich anschauen, das ist interessant. Dann ganz was anderes noch ein bisschen. Apple hat diese Woche, für die, die es verpasst haben, kann man ja eigentlich nicht verpasst haben. Die VR-Brille hätte ich fast gesagt. AR-Brille ist es ja, Augmented Reality-Brille vorgestellt. Die aber erst nächstes Jahr kommt und furchtbar teuer, ist das klar. Zielgruppe ist natürlich klein, aber einer von tausend wird sich das kaufen und einer von tausend der Welt ist eine ganze Menge. Also Zielgruppe ist natürlich sehr, sehr klein. Wir haben es, mit Freunden habe ich es diskutiert und in der Familie und so. Also ich glaube, das ist die Zukunft, also völlig unstrittig, dass das die Zukunft ist und dass das jetzt kommt, dass das Meta-Ding nicht funktioniert, verstehe ich. Ich habe die und die ist Dreck. Weil die Bildqualität ist nicht wirklich gut. Das Ding zu tragen ist unbequem. Ja, also das setze ich nicht gerne auf. Also zum Gamen, ja, das sehe ich. Und wenn du alleine bist, Single bist und abends mal einen Kinofilm gucken willst, ja, kann man einfach machen. Aber die Bildqualität ist einfach nicht gut genug, um damit ernsthaft zu arbeiten. Ich habe die neueste Version aber nicht. Und jedenfalls bei dem Ding, wir haben es diskutiert mit der Frau, wir sitzen abends auf dem Sofa, das machen wir selten, aber wir gucken mal einen Film. Da sitzen wir beide, da mit der Brille und gucken synchron den selben Film, kaufen zwei von den Brillen. Das sehe ich irgendwie nicht den Case. Aber was ich natürlich total sehe, als Business-Typ bin ich jetzt nicht mehr, aber ich bin jahrelang, habe ich in Hotels gewohnt. Und wenn du die ganze Woche unterwegs bist im Hotel, du willst dir was gönnen, weil du arbeitest hart, verdienst gut, du willst dir was gönnen, guckst sowieso abends Fernsehen, ja, dann ist es natürlich viel besser. Oder du arbeitest im Hotel. Meine Frau kann überall auf der Welt arbeiten, im Grunde, sie braucht einfach einen Riesenmonitor, das ist schwierig und schnelles Internet, aber sie könnte überall auf der Welt arbeiten und damit könnte sie. Kann sich irgendwo in Paris ins Hotel setzen und hat ihre riesigen Bildschirme dabei, größer ist besser bei ihr. Also sie hat immer mehrere große Monitore vor sich und sie arbeitet nicht an der Börse. Aber Börsenmakler und so weiter. Also es gibt, glaube ich, eine große Zielgruppe, die davon profitieren würde, wenn die Bildqualität so gut ist, wie Apple sagt. Und damit meine ich gar nicht die ganze Action mit Gesten und so weiter, das ist Schnickschnack, sondern Bildqualität, Riesenmonitore. Aber, jetzt kommt's, meine Frau kommt aus dem medizinischen Bereich und sie sagt gleich, aber was ist mit den Augen? Ja, was ist mit den Augen? Wenn du stundenlang auf die gleiche Entfernung schaust, weil jetzt im Büro, ich sitze hier, tippe, da gucke ich mal in die Gegend und so weiter, meine Augen bewegen sich zu wenig, aber sie bewegen sich. Aber wenn ich die Brille aufhabe und immer nur auf diese Monitore gucke, die direkt vor den Augen sind, da geht auch meine Augen, also dann muss auch meine Brille jedes Jahr einen Zentimeter dicker werden, oder? Also weiß ich nicht, weiß keiner wahrscheinlich, sehe ich als großes Problem tatsächlich, gerade auch für die Jugendlichen, die in fünf Jahren kostet das Ding 500 Euro und nicht mehr 5000 und dann haben das die Jugendlichen auf, weil sie gamen wollen, weil sie TV schauen wollen. Also wenn du es nicht angeschaut hast, schau dir mal irgendeinen Bericht dazu an, es ist faszinierend, es ist wirklich faszinierend und völlig unstrittig, dass es die Zukunft ist. Nicht das Gerät, aber der Nachfolger, der nachfolgende Nachfolger kommt jetzt, das kommt jetzt und zwar im Sinne von in den nächsten zwei, drei, vier Jahren. Dann gehen wir rüber zu Wiesner News auf Instagram, habe ich mal wieder durchgeschaut, also ich mache das schon noch, keine Sorge. Da habe ich gefunden den Jan Wittmer, der Jan Wittmer fotografiert Schwalben. Schwalben sehen tatsächlich ziemlich cool aus und der hat das drauf mit Schwalben-Action. Also vielleicht mal durchschalten bei ihm, weil ich zeige mal ein Bild, aber er hat diverse Bilder von Schwalben. Schwalben sind schnell, aber sie sind echt schnell, also richtig schnell. Bei uns im Reitstall gibt es ganz viele Schwalben und immer das versuche ich gar nicht zu fotografieren, weil klein und super schnell. Also er hat das geübt offensichtlich. Also Gratulation Jan, das ist nicht einfach, das weiß ich, das wissen wir alle. Dann der Kai, heute ein bisschen vogellassig. Der Kai, der war in Sachsen-Anhalt unterwegs und hatte diesen schönen Hopfvogel gefunden, der einen Grashüpfer gerade ist. Wenn man genau reinguckt, sieht man, dass der arme Grashüpfer da noch so die armen Beine von sich streckt. Naja, ist Natur, ne? Also ja, schönes Foto, auch wirklich toll mit den Farbstimmungen und so. Also ich stelle vor, da wäre jetzt ein anderer Hintergrund. Also passt natürlich extrem gut, also extrem harmonisch. Weiß nicht, ob er sich das ausgesucht hat. Wir sind dran am Zielfotomagazin Tiere fotografieren. Da ist ein toller Artikel drinnen. Vögel im heimischen Garten, denkt man ja, wie toll ist das denn und wie schwierig ist das denn? Geiler Tipp, sag ich jetzt natürlich nicht den Tipp, aber wirklich einen geilen Tipp, wie du das hinkriegst, dass du den Hintergrund im Griff hast. Also liest man und denkt, ja, verstehe ich, macht Sinn, total. Warum bin ich ja nicht selbst drauf gekommen? Also macht total Sinn. Wertet deine Gartenfotografie massiv auf. Der Tipp, also wirklich hat er gut gemacht. Und dann haben wir noch den Hemingway. Wahrscheinlich nicht wirklich der Hemingway, ne? Hemingway, ein ganz harmonisches Foto. Ich weiß nicht, wie echt das ist. Es sieht so ein bisschen fake aus, aber andererseits ist es wahrscheinlich nicht fake, weil der Vordergrund ist unscharf. Also hast du den schönen Baum und den Vordergrund, die weißen Blumen, das passt gut, dann ein Schmetterling. Das ist jetzt so ein klassisches Foto, wo man ein Fokus-Stacking machen müsste eigentlich. Dann wäre das richtig, dann würde es fake aussehen, doch faker aussehen, aber es wäre halt irgendwie, so ist es ein bisschen doof, weil der Schmetterling so ein Augenfänger ist und der ist unscharf. Also tief und schärf und unscharf. Das ist einfach nicht in der Fokus-Ebene. Deswegen vermute ich, dass es echt ist. Aber so denkt man heutzutage. Denk sofort Firefly oder nicht und das ist schade. Das ist wirklich schade, weil wahrscheinlich hat der Hemingway sich super viel Mühe gegeben, saß da den ganzen Nachmittag auf der Lauer und hat dann nur das Fokus-Stacking halt nicht gemacht, weil er auch nicht am Stativ ist oder keine Ahnung, weiß ich ja nicht. Aber wahrscheinlich war da viel Arbeit hinter und ich denke so ein bisschen, und tut dem Hemingway Unrecht, weil der sich Mühe gegeben hat wahrscheinlich. Aber das ist leider heutzutage so, können wir nicht ändern. Dann, Zielfoto Extrem ist da. Das ist diese Woche gekommen. Da sind auch schon sieben große Postwagen rausgegangen hier. Also mein Team hat wirklich viel gearbeitet diese Woche. Bei uns ging alles darum, das einzupacken, dass möglichst alle von euch, die es bestellt haben, das auch vor dem Wochenende haben. Erstes Feedback ist auch da. Das ist auch sehr positiv natürlich. Ist ja klar, wir haben uns Mühe gegeben und sind wirklich, wirklich, wirklich vielseitige, Bilder drinne. Also dann ist hier der Richard Löwenherz zum Beispiel, das ist er nicht, sondern unterwegs. Wirklich, der ist auch echt nicht ganz dicht. Ich kenne ihn nicht, ich glaube, er ist ein ganz netter. Aber jedenfalls ist er mit dem Fahrrad und dem Schlauchboot unterwegs in Sibirien und also wochenlang völlig alleine, sieht keinen Menschen wochenlang und so weiter. Begegnung mit Bären und was nicht alles und so weiter. Oh nein, verdammt, das war so echt nicht. Mückenschwärme und schiebt sein Fahrrad weglos da irgendwie auf einer alten Kettenspur. Also wirklich völlig crazy. Und dann ganz interessant, deswegen habe ich es rausgeholt, der Heinz Zack. Der Heinz Zack, der ist, das ist ein richtiger Profi-Fotograf. Er ist eine Urlegende. Ich glaube, es ist in Österreich. Er wohnt jeweils in Österreich. Der ist unterwegs, ganz brutale Expeditionen natürlich und hat dann zum Beispiel auch, hier ist er mit dem Adam Ondra im Jossemin-Tal. Also coole Bilder natürlich und das Besondere, deswegen reite ich darauf rum, der ist mit der Futschi unterwegs. Verschiedene Futschis über die Jahre natürlich, sind teilweise alte Bilder dabei. Ich gucke ja dann immer in die Exif-Daten und Futschi, 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 Futschi. So zum Thema, ich bin ja gerade in einem Review dran von der Futschi und das Problem an der Futschi ist ja schon immer gewesen, der Autofokus. Offensichtlich kann man trotzdem extreme Fotos damit machen und zwar auch von Sportaction, wobei der Kletterer, wenn er sich voll fokussiert, der bewegt sich ja nicht, bis er dann einfach springt. Aber jedenfalls, also auch Expeditionen und so weiter, also wirklich ein großes Lob natürlich an die Futschis, wenn er sich dafür entscheidet, seinen Lebensunterhalt damit zu verdienen, dass er mit der Futschi-Kamera in den schwierigsten Wänden der Welt hängt, dann hat das ja, also ist das schon ein Ritterschlag so ein bisschen, weil ihr könnt ja auch eine Kenne nehmen, Nikon, Zoni nehmen. Also sie wahrscheinlich wegen Gewicht, weiß ich nicht, dafür entschieden, weiß ich ja nicht. Ich müsste ihn mal interviewen. Ich weiß nicht, ob er Deutsch spricht, wenn er Österreicher ist, weiß man ja mal nicht so. So, also jedenfalls, wenn du es noch nicht hast, gleich vorbestellen, gleich zwei bestellen, weil es ein tolles Geschenk oder gleich drei bestellen, weil es sind auch zwei tolle Geschenke. Dann Tücher, das sind die Zielfototücher, von denen ich schon oft gesprochen habe, letzten Wochen, Monate. Wenn du eine teure Kamera bei Fotohama bestellst und Zielfotovorteile eingibst, kriegst du so ein Tuch dazu. Das ist ein Kameraeinschlag-Tuch mit Zielfotologe. Die sind bestellt, die kommen aber erst im August. wie das halt so ist. Alles dauerlänger, als wir das wollen. Also wenn du was kaufst, dann kriegst du das nachgeliefert. Das können wir halt nicht beschleunigen. Das ist unterwegs. Das sind so Kletttücher und nebenbei noch der Praxistipp. Das habe ich natürlich immer jetzt dabei auf dem Fahrrad und so. Das ist mir runtergefallen draußen. Ich muss es noch in die Waschmaschine stecken. Ist mir runtergefallen, nur so auf dem Gehweg, aber es ist halt so kleines Zeug drauf. Das klebt halt wirklich. Das soll es ja auch. Es soll ja backen, aber es klebt natürlich dann auch Dreck dran. Also nicht fallen lassen, so als Praxistipp, weil es steht mit dem Drecking-Tuch da. Ist ja nicht schlimm. Kannst du andersrum einlegen. So. Das ist die Fuji. Die ist übrigens so ganz nebenbei. Ich habe die im Moment immer dabei. Alles, was ich im Moment mache, mache ich mit der Fuji natürlich, damit ich nächste Woche auch endlich das Video machen kann. Kommt nächste Woche. Und zum Beispiel Sackhüpfen haben wir gemacht. Also Sommerfest vom Kindergarten. Und Stefan wurde natürlich überredet, Fotos zu machen. Und ich kann also bestätigen, der Autofokus ist mit dem Objektiv, das ist 33 Millimeter, ist nicht schnell genug, wenn vierjährige Sackhüpfen machen. So. Wenn sie stehen, geht das natürlich. Und wenn sie Sackhüpfen machen, habe ich auch scharfe Bilder. Mehr dazu im Video. Aber die meisten sind nicht scharf. So. Autofokus ist halt echt. Und das ist schade, weil tolles Objektiv, tolle Kamera und macht total Spaß. Und ich habe ein paar sehr, sehr schöne Bilder gebracht. Auch ein paar, die bei uns ins Familienalbum gehen. Also man kann damit tolle Bilder machen, aber man braucht ein bisschen Geduld und so. So. Damit ich so ein bisschen positiv, negativ für Fuji gemacht habe. Dann habe ich ein neues Bike. Das ist das Salsa Katzrot. Das habe ich zusammengebaut. Es kam diese Woche zusammengebaut. Ich bin noch nicht ernsthaft damit gefahren. Nur so ein bisschen hier nochmal 30 Kilometer im Kreis. Jedenfalls ganz kurz dazu, weil ganz viele gefragt haben. Das ist ein relativ schweres Bike. Das ist tatsächlich für Bikepacking gedacht. Also wenn du Deutschlandtour machen willst, 1000 Kilometer in drei Tagen, dann ist das das richtige Bike. Oder wenn du einfach mal 200, 300 Kilometer Rennen machen möchtest oder was denn nicht ein Rennen sein? Also wirklich lange fahren. Ein super bequemes Bike. Es ist mehr Mountainbike als Rennrad. Gravelbikes sind so ein bisschen so, es gibt so die Range, es gibt die ganz leichten Gravelbikes, wo du sagst, du willst noch Feierabend nochmal 30 Kilometer möglichst schnell abreißen auf Feldwegen. Da gibt es sehr leichte Gravelbikes. Das ist das nicht, sondern das ist tatsächlich, da machst du Gepäck ran und da fährst du lange. Länger ist besser. So mag ich das. Und deswegen habe ich mir das besorgt. Alles weiter, ich verlinke sonst mal einen Blogartikel von jemandem, der sich damit auskennt, der ganz brutale, ganz brutale Saß. Shit, das gibt Leute. Der wäre vielleicht auch mal was dafür. Ich weiß nicht, ob man Fotos hat. Jedenfalls, der kennt sich damit aus und der hat es sehr davon geschwärmt. Das war für mich so Kaufentscheidung für genau dieses. Bislang bin ich happy, aber ich habe noch keine längere Tour damit gemacht. So, jetzt muss ich noch aufklären. Nein, ich bin nicht gestürzt. Das ist Hautkrebs tatsächlich. Also, ich war neulich schon gesagt, ich war neulich beim Hautarzt. Die jährliche Kontrolle machen Hautkrebs. Nicht vergessen. Und dann hat sie halt gesagt, das sind so ein paar Stellen, das ist Vorstufe weißer Hautkrebs, so hat sie das gesagt. Und das sollten wir wegmachen. Jawohl, wegmachen. Das haben wir halt jetzt weggemacht. Das ist keine Riesensache, wenn man das früh findet, weil dann ist es nicht tief. Das hat sie abgeschabt, hat sie gesagt. Also, ich kriege so eine kleine lokale Spritze, wie beim Zahnarzt halt. Das piekst einmal kurz und dann schabt sie das weg. Da habe ich nichts von gemerkt. Das habe ich halt halt die Schürfwunden für zwei, drei, vier Wochen. Gestern beim Kindertunen gleich alle mich angequatscht. Die Kinder, was hast du denn da, was hast du denn da gemacht? Und ja, ich habe was wegschneiden lassen. Was denn? Ja, Krebs. Ah, Sommerkrebs und so. Also, die kleinen Vierjährigen, Fünfjährigen kennen das inzwischen auch heutzutage. Man muss sich eincremen, dann kriegt man Krebs. Man muss sich eincremen, dann kriegt man Krebs. Besser ist, den Hut aufzusetzen. Besser ist, gar nicht mittags rauszugehen, wie das also ist. Naja. Bei meiner Frisur kommt das früher oder später. Mehr oder weniger. Wir sehen uns nächste Woche. Nikon Z8 mache ich fertig endlich. Und jetzt war halt Buch mal wichtiger und die Fuji. Und ich weiß, was noch kommt diesen Sommer. Da darf ich nicht drüber reden, aber ich weiß, was kommt. Dazu dann demnächst mehr. Bleibt gesund. Tschüss.